Im Tor unsere Nummer 1, Christoph Ottenschläger in der 4. Abwehrreihe mit der 15, Marco Ivkovic mit der 18, Fabian Urban mit der 8, Michael Reit mit der 19, Manuel Rögl im Mittelfeld mit der 5, Fabian Magik mit der 10, Franco Ivkovic mit der 20, Julian Lerchel mit der 7, Stefan Kelt und im Angriff mit der 9, Mario Bergmüller und mit der 14, Dennis Strasshofer, der Satz der Hütte, Patrick Sucheneck, der Satzspieler mit der 4, Velko Ivkovic mit der 6, Christopher Stumpf mit der 10, mit der 11, Streitwisser Yoshi und mit der 16, Jimmy Haider, Trainer unserer Mannschaft ist der 1. Wendner Haare und 6. Leiter unserer Haole. Geleitet wird das Spiel von ÖFB-Schiedsrichter Herrn Brehm Wolfgang, assistiert an der Linie von Herrn Parley-Besim und Herrn Lackner-Patrick. Der heutige Matchball wurde gesponsert von der Malerei und schöner Wohnung in Bürmoos Firma Sauer. Recht herzlichen Dank und der SV Bürmoos bedankt sich hiermit auch recht herzlich bei seinen sämtlichen Sponsoren für die Unterstützung während der gesamten Spielzeit. Recht, recht herzlich. Und nun, liebe Fußballfreunde, wünscht euch der SV Bürmoos ein spannendes und vor allem ein ehres Fußballmatch.